Hey Leute, Kicks am Start. In diesem Video zeige ich euch, wo ihr die 5 Teleskope reparieren könnt. Dazu braucht ihr jeweils immer 20 Metall. Ich zeige euch jeden Standort. Und dazu zeige ich euch auch noch, wo ihr den geheimen Helikopter findet, den ihr für die andere Mission brauchen werdet. Das erste Teleskop, das findet ihr hier unten rechts beim Schiffbruch. Genau hier an dieser Stelle. Wir gehen direkt weiter zum zweiten Teleskop. Und das ist bei dem Berg bei Retail Row. Ihr seht das genau hier nochmal markiert. Also hier oben auf dem Berg oben drauf. Dann kommen wir zum dritten Spot. Das ist hier gegenüber von der Eisernen Farm. Und dann haben wir noch das vierte Teleskop. Das war das erste Teleskop. Das befindet sich hier bei der Radiostation. Ein fünftes Teleskop. Das haben wir auch noch. Und zwar genau hier beim Leuchtturm. Und dann kommen wir zum letzten Teleskop. Also ein extra Teleskop. Ihr braucht nur 5 von diesen 6. Und das befindet sich hier bei der schönen Aussicht. Hier habt ihr auch nochmal den Überblick mit allen Teleskopen. Und auch der Hubschrauber ist hier drauf. Den Helikopter, den findet ihr nämlich genau hier an dieser Stelle. Den müsst ihr besuchen für die andere Mission. Auf der Map ist das genau hier. Jetzt haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer Keks. Das NOW Bis zum nächsten Mal.